Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute stellen wir euch ein Lego Technik RC Truck vor. Er hat Allradantrieb und man kann beide Achsen unterschiedlich lenken. Zusätzlich hat er einen sehr langen Federweg. So kann man mit ihm leicht durchs Gelände fahren. Senf der ihnen einen Sag der HLAN. Meine Liste wird kein Abhuch auf dem Tor zu filmen. Ein Sauf amendments anCKCH Melkze. Der Fuel ist seltsam. Schöne Eine Seilwende und LED-Lichter haben wir auch eingebaut. Und Um die Stärke der Seilwinde zu testen, ziehen wir drei Batteriefächer. Man kann den Motorraum und den Kofferraumdeckel öffnen. Danke fürs Anschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.